Schwerer Unfall an der Kühnhammer Kreuzung. Ein älteres Ehepaar aus dem Bezirk Ried in Oberösterreich wurde bei einem schweren Unfall an der sogenannten Kühnhammer Kreuzung im Stadtgebiet von Pocking schwer verletzt. Gegen 15.30 Uhr bog der Fahrer mit seinem Audi von Kühnham kommend auf die Stadtstraße ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten mit Kies beladenen Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi in die Straßenböschung geschleudert und kam seitlich zum Liegen. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit dem Rettungsspreizer aus dem Wagen befreit werden. Beide Verletzten wurden am Unfallort erst versorgt und dann in ein Krankenhaus gefahren. Fünf Feuerwehren waren an der Rettungsaktion und der Sicherung der Kreuzung, die wegen des Karphammerfests stark frequentiert ist, im Einsatz.